25 Jahre Fanfest feiern wir heute in der Sachsen-Klinik. Gleich schalten wir auch mal hin. Und damit herzlich willkommen zu Brisanz an diesem Samstag. Schön, dass Sie bei uns sind. Die Tage werden kürzer, die Sichtverhältnisse schlechter. Dazu kommt gern mal auch Dauerregen. Das Ergebnis, eine Autobahn, auf der mehr gerutscht als gefahren wird. Mit dramatischen Folgen auf der A81 bei Heilbronn in Baden-Württemberg. Dort kam es zu einer Massenkarambolage mit mehr als 80 Fahrzeugen mehr jetzt. Von Hamburg mit dem Kreuzfahrtschiff auf Weltreise. Na, diesen Traum wollte sich ein Ehepaar erfüllen. Doch weit kamen die beiden nicht. Kurz nach dem Auslaufen verletzte sich der Mann auf dem Schiff so schwer, dass er von Bord geholt werden musste. Keine leichte Aufgabe. Die Kinder und Jugendlichen, mit denen Jens Mollenhauer als Polizist zu tun hatte, hatten oft mehr Einträge in ihrer Strafakte als Lebensjahre auf dem Buckel sozusagen. Der Ex-Polizist hat unzählige Stunden in dem Hamburger Brennpunkt Bilzstedt zugebracht, um Jugendliche davor zu bewahren, kriminell zu werden. Jetzt hat er ein Buch über seine Arbeit geschrieben. Für uns besucht er noch einmal sein altes Viertel und zieht auch Bilanz. In Regensburg kam es zum Großeinsatz der Polizei, weil ein Junge drei Menschen mit einem Messer angegriffen hat. Unsere Meldungen des Tages jetzt. Sie spielte als Kind lieber mit Lego als Puppen, wollte Astronautin werden und daraus wurde nichts. Aber mit gerade mal 27 Jahren ist Katharina Kreitz schon eine Pionierin der Technologieszene. Ihr Star-Up produziert heute Spezialsonden für die Formel 1 und auch die NASA. Ein Höhenflug, der fast tragisch gescheitert wäre. Die ganze Geschichte können Sie übrigens sehen in der Doku Moneymaker Hightech für Formel 1 und NASA in der ARD-Mediathek natürlich. Und jetzt wird es prominent bei uns mit einem ganz besonderen Jubiläum. Kurz zuvor zu ihm. Er bringt den Glitzer in Deutschlands Kleiderschränke. Philipp Plein. Erst vor zwei Wochen wurde der Designer zum dritten Mal Vater eines Sohnes. Jetzt hat er in Berlin seine Biografie vorgestellt. Natürlich mit einer glamourösen Party und vielen Gästen. Und wir waren für sie von Brisant mit dabei. Und die Mamas sind eben die besten. 26 Staffeln, mehr als 1000 Folgen. Und das schon seit 25 Jahren. In aller Freundschaft ist die erfolgreichste deutsche Krankenhausserie. Millionen Fans wollen ihre Lieblinge natürlich sehen. Und als Höhepunkt im Jubiläumsjahr steht für dieses Wochenende das große Fanfest in Leipzig an. Heute ging es los. Am Mittag wurde der Cast im Krankenwagen vor. Und eröffnete danach offiziell die Veranstaltung. Und unsere Promi-Expertin Susanne Kleen war mittendrin. Und wir strahlen mit und auf die nächsten 25 Jahre. Old but Gold trifft auf jeden Fall auf Sie zu. Auf die Rolling Stones, die sich mit neuer Musik zurückmelden. Und das extrem erfolgreich. Unsere Promi-News. Es gibt so Musik, die den Umweg über das Ohr vermeidet und direkt im Herzen landet. Vielen Menschen auf der ganzen Welt geht es so, wenn sie die Lieder von Haven hören. Die beiden machen seit 2015 gemeinsam Musik. Sie erzählen Geschichten, die ihre Gefühle und Gedanken zum Schwingen bringen. Und wir haben Haven während ihrer Europatournee in Hamburg getroffen. Und haben sie mit zum Hafen genommen. Ja, und das war's schon von uns. Vergessen Sie nicht die Nacht, die Uhren umzustellen von 3 auf 2 Uhr. Wir bekommen nämlich eine Stunde mehr. Bis morgen, Punkt 17 Uhr. Also, ich freue mich. Ciao.